Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Das letzte Video, da waren die Kommentare extrem gut, vielseitig. Viele wollten das Motorrad sehen, ich wollte es euch eh vorstellen, deswegen machen wir das jetzt, wie ihr schon am Titel gesehen habt. Unter anderem kamen zum Beispiel auch in den Kommentaren, ich sollte so mal so Frage-Antwort-Videos machen. Mache ich eigentlich nicht so gerne, aber wir könnten das so machen, dass ich immer so zwei, drei, vier Fragen von vornherein einfach so mit ins Video nehme, die ihr mir unter den Videos stellt. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, ballert das einfach in die Kommentare und ich versuche dann immer so nach und nach darauf einzugehen, immer so ein paar Stück in den Videos. Wir haben hier zum Beispiel die Frage, wo natürlich das, also da habt ihr absolut recht, der Umbau zählt rein theoretisch auch mit zu den Kosten. Habt ihr im letzten Video gesehen, ich verlinke das nochmal hier und unten in der Videobeschreibung, falls ihr das nicht gesehen habt, das waren 10.000 Euro. So, dann haben viele gefragt nach, wie viel hat das mit dem TÜV gekostet? Da habe ich für Motoreintragen, für Kurtflügel eintragen, für Felgeneintragen, für Bremse eintragen, Motoreintragen habe ich glaube ich schon gesagt, um die 1.000 Euro. 960 oder irgendwie sowas habe ich da bezahlt. Dann wurde zum Beispiel noch, wir drehen immer an den ruhigsten Stellen. Dann habe ich noch hier eine Frage gelesen, dass mit dem Tattoo, mit der Entfernung, ich weiß nicht, ob man das, sieht man das? Das ist jetzt dreimal. Darüber wird das ganz zum Schluss, wenn das fertig ist, aber das dauert ein, zwei Jahre. Da habe ich zum Beispiel einen Kommentar gelesen, hat ja super geklappt mit der Tattooentfernung. Ja, was denkst du, dass da die Haut abgezogen wird oder das dauert? Wird gelasert, dann dauert das vier Wochen, dann wird hier weiter gelasert, dann dauert es wieder vier Wochen und wird hier weiter gelasert. Wie gesagt, das ist jetzt das dritte Mal. Hier oben hatte ich ein bisschen mehr Angst, hat aber gar nicht so wehgetan, wie ich das gedacht habe. Habt ihr, wenn ihr mir bei Insta folgt, wahrscheinlich gesehen. Das dauert ein, zwei Jahre oder also anderthalb bis zwei Jahre. Und dann kommt ihr, ich habe es jetzt, ich glaube, wir haben alle gefilmt, ne? Alle gefilmt. Mit Valle Tudu hatten wir auch die erste Sitzung, glaube ich, sogar gefilmt. Verlinke ich auch mal hier oben. Ja, das zu dem Thema. Dann, ich habe mir hier ein paar Screenshots gemacht. Wie ich zu Alus gekommen bin. Ja, da mache ich ein Video. Das ist sogar schon in Planung. Da habe ich mit Philipp schon, weiß ich nicht, vor einem Jahr, nee, vor einem Jahr nicht, halben Jahr ungefähr drüber gequatscht. Das machen wir auf jeden Fall noch. Wo ich, nicht unbedingt meinen Werdegang, aber zumindestens, wie ich zu Philipp gekommen bin, wie das so passiert ist. Also ich finde es eine ganz interessante Geschichte. Mich hat das damals sehr gefreut, was da passiert ist. Ja, haben wir hier noch irgendwelche Fragen? Ähm, äh, unwahrscheinlich viele, und das hätte ich absolut gar nicht gedacht, unwahrscheinlich viele, wollen ja wirklich sehen, wie ich Videos schneide, wie ich Videos bearbeite und dass ich euch Tricks zeige. Das ist mein Wunsch, schon die ganze Zeit, weil so welche Videos mir natürlich am einfachsten fallen, anstatt, dass ich euch über irgendwelche Technik, ähm, was erklären soll oder so, wo ich eigentlich selber gar keine Ahnung von habe. Wo ich eigentlich am besten immer andere Leute zum Beispiel Philipp mit ins Video hole, damit die euch das so ein bisschen versuchen, verständlich zu erklären. Ähm, viele haben gefragt zum Beispiel, was für Video-Equipment ich benutzt habe. Da habe ich sogar schon mal ein Video gemacht zu. Das hat mir dann so ein bisschen die Motivation genommen, weil das haben nur ein paar tausend, also ein paar tausend hört sich hier mal blöd an, aber ich glaube, das haben nur 4000 Leute, äh, genau, 4000 Leute ungefähr gesehen. Hat mir so ein bisschen die Motivation genommen, da noch was weiter zu machen halt, ne. Ähm, aber wenn ihr sowas sehen wollt, ballert das ruhig in die Kommentare, was da für Themen, äh, am interessantesten für euch sind. Und wenn ihr einen Kommentar lest, wo genau das, was ihr schreiben wolltet oder was ihr auch sehen wollt, äh, falls das da schon steht, dann gebt diesen Kommentar einfach einen Daumen nach oben. Ihr dreht gerade ein Auto. Die Leute, die mir bei Insta folgen, haben es wahrscheinlich schon gesehen. Apropos Insta, ähm, eine Frage war auch noch, wo möchte ich mit dem YouTube-Kanal hin, äh, oder wo möchte ich mit Insta hin? Ähm, ich mache Videos, also wenn wir jetzt bei YouTube sind, ich mache Videos gerne, weil, ich halt, ich, also ich mache halt gerne Videos, ne. Und mir ist der Inhalt rein theoretisch egal. Natürlich würde ich am liebsten euch irgendwie erklären, ähm, was ich sowieso den ganzen Tag im Alltag mache. Das heißt, Videos drehen, Videos schneiden. Das wäre mein Traum. Wenn ihr das sehen wollt, wie gesagt, ähm, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr da genau sehen wollt. Da habe ich eigentlich also auf YouTube kein Ziel. Natürlich wäre es schön und das würde mich freuen, wenn wir irgendwann mal die 100.000 knacken. Ähm, und ich dann so einen Play-Button mit meinem Namen drauf, mir eine Wand hängen kann. Das wäre so ein Ziel, wo ich sagen würde, ja, geil, freue ich mich. Bei YouTube, äh, bei Insta, ähm, habe ich eigentlich gar kein Ziel. Ich mache da einfach so ein paar Fotos vom Alltag, ja, vom Alltag sogar eher weniger. Ist da halt nur Storys. Ähm, aber wenn ich mir da aussuchen könnte, was ich da erreichen wollen würde, dann wären das die 10.000. Da fehlen mir, glaube ich, noch 200, äh, 800 Abos. Also wir sind jetzt bei 9.200. Wenn ich da die 10 erreiche, weil dann kann man diesen Swipe abmachen. Alles andere ist mir bei Insta eigentlich komplett egal. Ich bin jetzt nicht auf Reichweite aus oder sonst was. Wie gesagt, dieses YouTube, nennen wir es mal Projekt, mache ich nur, weil ich euch halt einfach gerne zeigen wollen würde, ähm, wie man schneidet, wie man dreht und so weiter und so fort. Oder, weil ich halt generell einfach gerne Videos drehe, ne? Ich drehe ja für alle mögliche Leute Videos. Und hier kann ich einfach mal so, wie es mir gefällt. Ist kein Kunde, der sagt, äh, können wir das vielleicht nochmal ändern? Oder, nee, so war das nicht gedacht. Oder wie auch immer, ne? Geschmäcker sind ja immer verschieden. Hier kann ich einfach das drehen, worauf ich Bock habe. Und gut, jetzt zum Motorrad. So, wie ihr gesehen habt, ist eine Yamaha R1 geworden. Warum gerade dieses Motorrad? Ich finde es von vorne halt relativ schön. Kannst ja, ihr habt es ja im Porn schon gesehen, aber kommt mal mit rum. Ähm, ich mag die Form eigentlich voll. Ähm, es gibt davon, das ist jetzt das aller, 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 allererste Modell von der. Ich wollte normalerweise eine Nummer weiter haben, die hat, komm mal wieder mit rum. Die hat nämlich, ähm, hier, das Kennzeichen sieht man jetzt, aber egal. Ähm, die hat hier nämlich noch so, ja, hässlich nicht unbedingt, aber es gibt die, also das ist jetzt diese, äh, Yamaha R1, R04. Und es gibt die auch als R09, also das ist, warum da so ein, äh, 5 Dinger Unterschiede sind, weiß ich auch nicht. Aber, ähm, die hat auf jeden Fall so einen LED-Streifen als Rücklicht, ne? Das fand ich ein bisschen schöner, aber, diese Leute bei Ebay Kleinanzeigen, katastrophal. Ich telefoniere, also ich hab mit dem geschrieben, nicht telefoniert, ich hab mit dem geschrieben, sage ihm, du pass auf. Ich fahr jetzt noch ganz kurz zu Louis, übrigens geiler Laden in Hannover, ohne Werbung zu machen, aber da wirst du echt bedient. Die verkaufen, äh, verkaufen die auch Sachen, die du, äh, die nicht teurer sind, ne? Also wenn du zwei Produkte enthältst, dann sagen die auch mal, es ist das günstigere besser. Äh, das hat mich sehr gefreut, hab ich, ähm, selten in der letzten Zeit erlebt, auf jeden Fall. Ähm, ich sage zu ihm, ich fahr kurz zu Louis, hol mir einen Helm, dann komm ich nach Bremen. Von Hannover nach Bremen sind anderthalb Stunden, ne? Hm, ungefähr. Sagt er, ja, ist kein Problem, ich bin zu Hause, ich warte. Wir stehen da vor der Haustür, ich schreibe ihnen, du, bin jetzt da, schreibt er, sorry, grad verkauft. Ich denke, willst du mich verarschen? Erstmal Frust rauslassen. Wir haben bei eBay Kleinanzeigen weitergeguckt, 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 und dann hab ich das Ding gefunden. Wie gesagt, das Einzige, was, ähm, also was ich jetzt weiß, ihr wisst ja, dass ich nicht so der Techniktyp bin, ähm, ist halt das mit den Rückleuchten, aber damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Die ist auch noch so, wie ich die, äh, komplett gekauft habe, ähm, hab ich noch nichts gemacht. Ich würde hier zum Beispiel ganz gerne, sieht man das, ja, ne? Das hier sind, glaube ich, Aufkleberrückstände oder sowas, das muss ich alles noch, äh, einmal schön machen. Und hier, äh, ich weiß nicht, ob der Vorbesitzer das so schön fand, ich find's nicht so schön. Ähm, ja, die sind so, ja, nennt man das Pink, Rosé, eloxiert. Was ist das für eine Farbe, was willst du sagen? Silber-Rosa sieht das gerade aus. Silber-Rosa, keine Ahnung, die müssen auf jeden Fall noch schwarz, ähm, gibt's ja zum Glück alles bei Alus im Programm. Ähm, da will ich mir von Alus dann auch noch, ähm, diese Dinger hier holen. Äh, die will ich mir noch holen in schwarz, dann sollen, ähm, die sind hier für einen Motorradständer. Würde ich mir auch gerne holen, habe aber keine Garage, das heißt, das wäre unnötig. Aber ich will zumindest die Aufnahmen, entweder mache ich sie ab oder aber, pfff, in schwarz, orange, weiß nicht. Nee, orange fast nicht, in schwarz wahrscheinlich. Sonst hat das, äh, Motorrad keine Macken. Das hat, äh, 57.000 Kilometer runter. Das ist schon echt, für ein Motorrad eigentlich ein bisschen viel. Aber das Ding ist 20 Jahre alt, ne? Also Baujahr 2001. Aber es macht wirklich, wirklich Spaß. Also, ähm, die hat 100, äh, 1000 Kubik, 150 PS. Aber es macht wirklich Laune. Einfach, du kannst damit umgekurven, pesen. Und hier sind übrigens, äh, viele lächeln mich ja immer noch wegen den Reifen. Die sind übrigens immer noch drauf. Ich hatte einen Platten die Tage und hab wieder einen Achilles bestellt. Und, ähm, so ein Chef bin ich. Ja, aber ihr wisst, ich bezahle für den Achilles, bezahle ich keine Ahnung, einen Hunderter oder so. Ähm, den mache ich jetzt einfach erstmal neu. Weil, ähm, ich will ja kleinere Felgen fahren, ne? Ich weiß nur nicht, ob ich kleinere Felgen nur für die Rennstrecke fahre oder kleinere, ähm, Felgen generell fahren möchte. Eigentlich würde ich die 20 Zoll für den Daily-Betrieb schon ganz gerne lassen. Und mir dann, ähm, Michelin Cup 2 für die, für die Rennstrecke holen. Ähm, aber dann trotzdem im Alltag halt die Michelin Pilot Sport 4S. Weiß ich aber noch nicht so ganz genau, wie ich das alles machen soll. Und bevor ich jetzt erstmal 1.000 Euro, die du ja auch erstmal, haben wir ja beim letzten Video schon besprochen, die du auch erstmal verdienen musst. Ähm, bevor ich die jetzt in Sand haue und dann vielleicht doch andere Felgen hole, ähm, kommt einfach erstmal wieder ein High-Performance Achillesreifen drauf. Gibt es so dem Motorrad noch was zu sagen? Ähm, ich will hier, ähm, nennt sich das, ach, wie heißt denn das? Ventilsitze, Ventilsitze, irgendwie sowas. Da, ähm, wurde mir gesagt, soll ich mal nachgucken? Okay, ich kann's nicht. Also ich werde mal nachgucken lassen, ob das noch, ähm, okay ist. Sonst gibt's zu dem Motorrad eigentlich auch gar nicht viel zu sagen. Wie gesagt, hat um die 57.000 Kilometer runter. Ähm, hier sind Michelin. Welche sind das? Wenn man keine Ahnung hat. Ja, da sind Michelin-Reifen drauf. Welche weiß ich nicht, aber zumindest schon mal Michelin ist schon mal ganz gut. Ähm, ähm, ja, es macht halt wirklich Spaß, ne? Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass ich in meinem Bekanntenkreis, sag mal, fährt ein Ludwig, fährt, ne? Motorrad. Haben wir sonst noch irgendjemanden, der Motorrad fährt? Monika. Monika, schöne Grüße. Du bist ja, okay. Hä? Sonst kenne ich auch niemanden. Ja, also ich muss halt immer alleine fahren, ne? Mit mir. Ich hab jetzt Nelly überredet, ähm, die Tage, ähm, dass sie mit mir mal ein bisschen dreht. Das macht Spaß, oder? Man muss sich dran gewöhnen, aber... Man muss sich dran gewöhnen, ja. Ja. Fällt dir noch irgendwas ein, was die Leute interessieren können zu dem Motorrad? Du hast wahrscheinlich noch weniger Ahnung, wie ich, ne? Das ist richtig. Ähm, ja. Noch was, das hat zwar eigentlich mit dem Video nichts zu tun, aber... Ich hab das Motorrad geholt, zeigt der Besitzer mir seinen Fahrzeugschein, also den Fahrzeugschein, sagt, ich pack dir den hier wieder rein, naja, ich mach zu Hause das Ding auf, keinen Fahrzeugschein da. Was meinst du hier, was ich für Probleme dann hatte bei der Zulassungsstelle? Weil du musst dir erstmal eine Million Unterschriften machen, dass das Ding verloren ist, und so weiter und so fort. Dann hieß es, ja, haben Sie das verloren, hat der Besitzer das verloren, und so weiter und so fort. Ja, naja. Äh, will ich noch irgendwas machen? Ich würde den Rahmen ganz gerne, das wolltet ihr ja wissen, was ich damit vorhabe. Ähm, das sind nur, wie gesagt, nur so Kleinigkeiten. Ich muss mal einen Ölwechsel, will ich mal machen. Ich weiß nicht, wann hier der letzte Ölwechsel gemacht wurde. Vorne die Dinger sollen neu, hier soll das sauber gemacht werden. Und den Rahmen hätte ich ganz gerne schwarz. Ich weiß, dass das... Ich hatte mal bei Insta geschrieben, äh, dass ich die ganz gerne in so einem Alus Racing... Es gibt ja so Racingkarren von Alus. Ähm, also... Wir haben ja ein eigenes Rennteam, ähm, Motorräder, und da sind die Karren alle weiß. Und dann ist hier so ein fettes S drauf. Finde ich irgendwie cool, aber alle sagen, ah, bei einer R1 kannst du das nicht machen, warum nicht? Das ist mein Motorrad. Klar kann ich das. Ähm, aber ich bin mir wirklich noch nicht sicher, ob ich das mache. Was ich auf jeden Fall machen wollen würde, über den Winter eventuell, ist den Rahmen hier in schwarz. Weil ich weiß, das gab es auch original. Ähm, zumindestens bei der R09, bei der R04. Weiß ich nicht, ob es das da auch original gibt. Und was ich noch machen muss. Da mein Oberkörper so relativ schwer ist, sag ich mal, weil ich halt ein bisschen dicker bin. Ähm, wenn du fährst nach der dritten Ampel bei dem Lenker, tun dir die Handgelenke übertrieben weh. Ähm, ich hab jetzt vom, äh, Basti, äh, das ist auch einer, der bei Abelus arbeitet, der fährt genau die gleiche. Ähm, er meinte, einfach den Lenker umbauen. Da gibt's wohl so ein Umbau-Kit, hat er bei sich auch gemacht. Das mache ich vielleicht auch noch. Ja, optisch würde ich die Spiegel zum Beispiel eigentlich ganz gerne kleiner machen. Ähm, praktisch funktioniert das aber nicht, weil ich so schon den, äh, L-Bogen eindrehen muss, damit ich überhaupt im Rückspiegel was sehe. Das ist leider blöd gelöst. Ich bin vorher halt immer Harley gefahren. Ich hatte, äh, zum Beispiel als letztes hatte ich eine Harley-Davidson Nightwood. Das ist halt so ein richtiger Shopper, ne, mit so einem 300er, 300er Reifen war das, glaube ich. Das Ding, da bewegt sich gar nichts mehr. Da brauchst du eigentlich noch nicht mal einen Seitenständer. Äh, als ich dann das Ding hier probegefahren bin, dachte ich so, okay. Und da bin ich in der Kurve fast gerade ausgefahren. Weil bei der Harley musste ich umdenken, ähm, dass du dich halt mit der Karre nicht wirklich reinlegen kannst. Da fährst du halt eher wie so ein Bus, sage ich jetzt mal. Also klar, legst du dich auch schon ein bisschen rein. Aber da geht es halt nicht so viel wegen diesen 300er, ich kann, weiß gar nicht, 300er oder sogar 380. Keine Ahnung. So ein fettes Ding hatte ich da hinten drauf. Da bin ich in der Kurve fast gerade ausgefahren. Ja, äh, viele sind jetzt wahrscheinlich enttäuscht oder was auch immer, weil sie gedacht, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, das ist das Übermotorrad, was ich jetzt fahre. Aber ich bin echt zufrieden, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja, wie gesagt, so ein paar kleine Schönheitssachen würde ich halt schon gerne erinnern. Kennzeichen, äh, Halterung zum Beispiel, die müsste auch ab, ähm, zumindestens so fett. Da habe ich aber schon gesehen, gibt es so, ähm, so vorgefertigte Dinger schon, wo das dann alles so ein bisschen klein gehalten ist und so weiter. Das kommt wahrscheinlich noch, ja, hier hätte ich eigentlich ganz gerne, glaube ich, noch eine Akrapovic drunter, ähm, weil die, glaube ich, geiler klingt als so eine Leo Vins. Vor allem mit dem DB-Killer und ich, wie gesagt, lassen halt drinnen, weil die Polizei mich hier irgendwie eh schon auf den Glück hat. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wenn ihr noch irgendetwas wissen wollt zu der Karre, schreibt es gerne mal in die Kommentare und ich versuche, alle möglichen Leute zu fragen, ähm, die mir dann diese Frage beantworten. Kann. Ich hoffe, ähm, es ist kein Problem, dass ich das Video nicht so technisch gemacht habe, aber ich kann das Ding fahren. Ich kann auch nicht mal Kette einstellen oder sowas, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich bin halt nicht der Schrauber. Wir haben das Gewinnspiel noch vergessen. Mhm. Ähm, die Feder im letzten Video. Da, warte, wie machen wir das? Ich lass dich, ich, ich lass dich wieder raten. Ich gucke mal ganz schnell, wie viele Kommentare aktuell sind. 324 Kommentare sind aktuell. Das heißt, eine Zahl zwischen 0 und 324. 115, 115, 15, genau. Ähm, dann von oben oder von unten? Von dem ersten Kommentar, der gepostet wurde. Von dem ersten Kommentar und dann ab da 115 weiter. Okay, gut. Machen wir so. Ähm, wir können, weißt du, was mir auch noch einfällt? Was denn? Der Typ von dem Eimer. Du hast dich ja immer noch nicht bei mir gemeldet. Wir hatten in dem, war das in einem RS3-Video, ne? Mhm. Wir hatten in dem RS3-Video noch so einen Wascheimer verlost. Äh, du hast dich bis jetzt noch nicht gemeldet. Ich geb dir mal Zeit bis nächste Woche Mittwoch. Dann kommt nämlich wieder das nächste Video raus. Ähm, geb ich dir Zeit, dich zu melden. Solltest du's bis dahin nicht getan haben. Können wieder alle, ja, können wir wieder so machen eigentlich. Ähm, so weiß man gar nicht. Ähm, unter allen Kommentaren, die wieder in diesem Video sind. Und ihr habt dann die Chance, wenn er sich nicht meldet. Das muss ich dazu sagen, aber das sage ich halt dann in dem Video nächste Woche. Ähm, habt ihr die Chance, dann halt wieder so einen Wascheimer von Alos zu gewinnen. Also, melde dich im RS3, nee, in welchem Video? Dann nach dem RS3-Video, ne? Habe ich das ja logischerweise aufgelöst. War das nicht im Sattler-Video? Genau. Wo, genau, wo ich meine Sitze zum Sattler gebracht habe, zur Achtung, Sattler. Ähm, da, die macht übrigens auch noch die, ähm, die, die, die Sitzbank. Und zwar habe ich von den originalen Sitzen ja noch, ähm, das Alcantara. Das haben wir nicht weggeschmissen, sondern ich habe zu ihr gesagt, mach mir daraus mal irgendwas Schönes. Ähm, eigentlich hätte ich ganz gerne, glaube ich, so einen Fotorucksack oder sowas gehabt, weil ich habe so eine richtig schwere Tasche. Und gerade, wenn ich da mit dem Motorrad zum Beispiel irgendwo hin bin, wir haben jetzt, sind wir mit Nellys Auto, da haben ja auch viele gefragt, das ist ein Golf 6, unser Zweitwagen ist ein Golf 6. Ähm, das habe ich den Fahnen verloren. Wo waren wir gerade? Beim Sitzbeziehen. Genau, Sitzbeziehen. Hier kommt wahrscheinlich das Alcantara von den Sitzen drauf. Weiß ich aber noch nicht so ganz genau. Mal gucken. Also sie hat, sie hat gesagt, sie hat eine coole Idee. Gucken wir einfach mal. Äh, ja, das war jetzt viel durcheinander. Wenig Motorrad, viel drumherum. Ähm, ich hoffe, das war trotzdem okay. Wie gesagt, schreibt mir Anregungen unter die Kommentare. Wenn ihr Fragen zu dem Motorrad habt, schreibt es gerne rein. Ich versuche, die Informationen für euch dann rauszufinden und antworte dann entweder direkt in dem Kommentar, also da drunter, oder halt im nächsten Video wieder. Ähm, so würde ich das jetzt immer machen, dass ich immer halt ein paar Fragen davor beantworte. In diesem Sinne, ist geiles Wetter, genießt es. Ciao.